Hallo und herzlich willkommen zu den Engagement-TV-Nachrichten. Im Auftrag der Kampagne Geben gibt befragte MNIT im Januar 2009 1000 Bürgerinnen und Bürger zum Thema Engagement. Neben einer Betrachtung der unterschiedlichen Begrifflichkeiten stand dabei vor allem die Motivation der verschiedenen Altersgruppen im Mittelpunkt. Danach engagieren sich Menschen im Alter zwischen 30 und 49 Jahren bereits besonders häufig. Am niedrigsten ist das Engagement dagegen bei den über 60-Jährigen. Durchschnittlich engagieren sich 37 Prozent der Deutschen freiwillig. Die am häufigsten genannten Bereiche waren Soziales, Sport und Umwelt. Dabei machte Prof. Dr. Dr. Sebastian Braun, Leiter des Forschungszentrums für bürgerschaftliches Engagement an der Humboldt-Universität zu Berlin, darauf aufmerksam, dass bei einem Engagement in diesen Bereichen durchaus auch politisch gehandelt wird. Betrachtet man das Engagement nach Bildung und Haushaltseinkommen, zeigt sich ein deutliches Gefälle. Aber, Zitat, Gerade weil ein freiwilliges Engagement viele Schlüsselkompetenzen vermittelt, sollte es denjenigen zugänglich sein, die in den formalisierten Bildungskontexten wie Schule und Ausbildung Schwierigkeiten haben, so Prof. Dr. Dr. Braun. Auch Bundespräsident Horst Köhler forderte in seiner Rede vom 24. März zum bürgerschaftlichen Engagement auf. Köhler appellierte, dass es noch nie eine Zeit gab, in der unser Schicksal so sehr in unseren eigenen Händen lag wie heute. Weitere Infos unter geben-gibt.de Die Europäische Kommission bereitet einen Antrag vor, das Jahr 2011 zum Europäischen Jahr der Freiwilligen auszurufen. Das European Volunteer Centre ist Teil einer großen europäischen Allianz von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die auf die Ausrufung des Europäischen Jahres der Freiwilligen hingearbeitet haben. Zwei Jahre intensive Kampagne für dieses Jahr haben sich demnach gelohnt. Der Antrag muss schließlich noch vom Europäischen Parlament und vom Europäischen Ministerrat angenommen werden. Weitere Informationen unter cev.be Im Rahmen der Stiftungsarbeit vergibt die Becker Stiftung auch dieses Jahr wieder den Innovationspreis Altern und Arbeit. Mit diesem Preis sollen junge Forscher, die sich im Rahmen ihrer Arbeit mit der physischen, psychischen oder kognitiven Leistungsfähigkeit und letztlich dem Erhalt der Arbeitsfähigkeit älterer Arbeitnehmer beschäftigen, angesprochen werden. Dabei steht auch der pragmatische Gedanke im Vordergrund. Das heißt, es werden vor allem solche Arbeiten prämiert, die über den Erkenntnisfortschritt hinaus Gestaltungsvorschläge unterbreiten. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Bewerbungen können bis zum 30. April 2009 eingereicht werden. Weitere Infos unter becker-stiftung.de SV Werder goes Ehrenamt. Unter diesem Motto möchte Werder Bremen bürgerschaftliches Engagement in Bremen fördern. Zusammen mit dem Verein für Innere Mission in Bremen bauen die Grün-Weißen bis 2012 ein freiwilliges Programm zum Thema Integration auf. Das Projekt ist einer von 46 sogenannten Leuchttürmen, die das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages in den nächsten drei Jahren unterstützt. Jedes dieser Leuchtturmprojekte wird über den gesamten Zeitraum mit 150.000 Euro gefördert. Mit einem breiten Spektrum von Angeboten und Aktionen will der Bremer Leuchtturm nun integrative Arbeit in Bremen fördern. Projekte sind unter anderem Großeltern für einen Tag, integrative Ballschule oder ein durch freiwillige Helfer organisierter Homeless Cup. Und auch die vom Verein für Innere Mission organisierte Kleidungsspende Anziehungspunkt soll zu einem Treffpunkt interkultureller und generationsübergreifender Verständigung ausgebaut werden. Weitere Infos unter werder.de Die von Active Philanthropy, der INTES, Akademie für Familienunternehmen, der WHU, Otto Beisheim School of Management und Haug- und Aufhäuser Privatbankiers durchgeführte Studie Gemeinnütziges Engagement vom Familienunternehmen ergab, dass die Mehrheit der insgesamt 248 Befragten ihr Engagement intuitiv steuert. In der Studie wird deutlich, dass bereits jedes vierte familiengeführte Unternehmen sein Engagement unter anderem über eine Stiftung ausübt, jedes zehnte über eine Zustiftung. Darüber hinaus engagieren sich 93 Prozent der befragten Familienunternehmen mit Spenden. Viele Familienunternehmen schrecken jedoch vor langfristigem Engagement zurück. Ursächlich dafür ist zum einen ihre hohe Arbeitsbelastung, zum anderen, weil die Transparenz im gemeinnützigen Sektor nach wie vor unzureichend ist. Zudem sind neue Einstiegsformen in ein gemeinnütziges Engagement, wie zum Beispiel Gemeinschaftsstiftungen, Stifterzirkel oder Treuhandstiftungen nach Ansicht der Autoren der Studie noch zu wenig bekannt. Weitere Infos unter stiftungen.org Die Volkshochschule Bonn zeigt vom 29. März bis zum 26. April im Frauenmuseum Bonn die von HelpAge Deutschland produzierte Fotoausstellung Stille Heldinnen, Afrikas Großmütter im Kampf gegen HIV. Mitveranstalter sind die Deutsche AIDS Stiftung, die AIDS Hilfe, das Deutsch-Afrikanische Zentrum und Soroptimist International. Die Ausstellung des Fotografen Christian Gödan zeigt ein anderes Gesicht des weltweiten demografischen Wandels. Auch in Afrika werden die Menschen immer älter. Diese vergessene Generation gehört zu den Ärmsten der Armen. Weil ihre Kinder an AIDS sterben, sorgen vor allem die Großmütter für ihre Enkelkinder. Christoph Gödan's großformatige Porträts der Großmütter und ihrer Enkelkinder drücken vor allem eines aus. Ihre Würde im Kampf gegen die Krankheit. Seiko Balde aus Guinea-Bissau sorgt für das musikalische Rahmenprogramm. Interessante Einzelveranstaltungen finden zu unterschiedlichen Aspekten statt. Darunter ein Bericht des geschäftsführenden Vorstands der Deutschen AIDS Stiftung Dr. Ulrich Heide zum Thema Dream. Hilfe für HIV-Positiv-Schwangere und ihre Babys in Mosambik am 16. April 2009. Weitere Infos unter AIDS-Stiftung.de Das waren die Englische Mord-TV-Nachrichten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.